Meine Eltern, die erkennen mich nicht, steh ich vor ihrer Tür und gucken dann noch so, als könnte ich was dafür. Vater holt den Edding raus, markiert was im Kalender. Mutti spricht vom Urlaub, sind so bis zu 20 Länder. Ich frag mich, sind die komisch, vielleicht etwas skurril? Oder liegt es an mir, da mir mal etwas aufviel? Beim Abschied weint die Mutter, Vater gibt mir sein Segen. Und auf der Straße kommt mir immer der Nachbar entgegen. Jedes Mal mit nem anderen Hund erschießt er die Welt. Oder sterben die eines natürlichen Todes und werden furchtbar. Ich weiß nicht, ob ich meine Eltern zu selten besuche, jedenfalls hat der Nachbar von meinen Eltern immer, wenn ich da bin, einen anderen Hund. Ich weiß nicht, ob ich meine Eltern zu selten besuche, jedenfalls hat der Nachbar von meinen Eltern immer, wenn ich da bin, einen anderen Hund. Ich weiß nicht, ob ich meine Eltern zu selten besuche, jedenfalls hat der Nachbar von meinen Eltern immer, wenn ich da bin, einen anderen Hund. Ich weiß nicht, ob ich meine Eltern zu selten besuche, jedenfalls hat der Nachbar von meinen Eltern immer, wenn ich da bin, einen anderen Hund.